Am Freitag, den 10. Februar, war es endlich soweit. Im Haus des Bürgers wurde es mal wieder so richtig nervig. Sechs mal elf Jahre KV-Bruckratz-Dammstein mit zahlreichen Gastrednern. Unter anderem mit Bürgermeister Karl Hechler und einem Halb-und-Halb-Präsident Jürgen. Doch eröffnet wurde der Jubiläumsabend musikalisch mit dem Fanfarentück aus Bann. Und natürlich durften an diesem Abend die schönen Schautänze der Grün-Weiß funken. Von unserem Tanzmairischen Alisha. Und das bunte Weber-Tanzprojekt auf keinen Fall fehlen. Für eine spritzige und amüsante Moderation wurde natürlich auch gesorgt. Nämlich mit dem Rammstein-Strauß-Bube und Mäd. Die tolle Zeitreise der KV-Bruckratzengarde mit den Bruchkätzchen, der Juniorengarde und den Grün-Weiß-Funken versetzte das Publikum sowohl in die Vergangenheit, aber auch in die moderne digitale Zukunft gesucht. An einem Abend wie diese waren auch viele, viele Extralitäten dabei. Und auch sie wurden geehrt und beglückwünscht. Auch von den 22 Gastvereinen gab es Glückwünsche, ehe Ralf Hechler und Thomas Leyes die Bühne mal wieder unsicher machten. Zum Schluss zeigte sich die Senatsgarde von ihrer besonderen Seite und Markus Becker sorgte für ein regelrechtes Ausklippen im gesamten Saal. Ihr wollt noch mehr sehen? Kein Problem, es folgen Teil 1 und 2 sowie ein Spechel mit Markus Becker. Freut euch, es kommt noch viel, viel mehr. In diesem Sinne, Rallau!